so und hier sind wir wieder so und heute ja gibt es noch ein letztes mal das quidditch fällt und zwar ist das jetzt einfach nur ein kleiner rundgang wie ich das innen drin gemacht habe wir fangen einfach mal hier draußen an ach so hierzu kann ich auch noch mal was zeigen auf der anderen seite ging das nämlich auch nicht ganz auf aber da habe ich das einfach so dass das hier auch nur zwei sind also so groß und ganzen es fällt eigentlich es fällt gar nicht auf es fällt gar nicht auf das einfach so da gelassen wie es halt gepasst hat ich finde das fällt gar nicht groß auf also alles gut genau und dann habe ich ja da drinnen kann man ja schon sehen jetzt ein bisschen was gemacht und hier draußen auch noch mal so und zwar habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht ich habe bei den tribünen die steine die wir hier gemacht haben mit schwarz und weiß habe ich jetzt komplett durch holz ausgetauscht und hier in den türmen dann jeweils eine tür rein auf beiden seiten das habe ich überall komplett einmal rum gemacht hier den boden einmal ausgetauscht und dann hier einmal gerade durch die tür immer geknallt und in der kurve ist das jetzt halt ein bisschen anders hier halt nur ein bisschen da habe ich mich hier auch genauso durchgeschlagen und habe dann hier die stufe die gerade war habe ich einfach angeeckt und dann dahinter einfach den eichenblock gemacht damit das luftloch zu ist ja das habe ich hier auch gemacht so und dann halt hier überall wie gesagt die farbe ausgetauscht durch das holz so und hier bei dem in der kurve dann bin ich aber selber noch nicht ganz fertig weil ich also türme allgemein das braucht man ja jetzt auch noch nicht ganz machen weil das muss ja ist ja erst mal nur ein vorgebautes test objekt ja wie gesagt hier in der kurve hier bei den einern ist das ein bisschen banane geworden weil da habe ich so gelassen obwohl man den hier eigentlich auch hätte anecken können jetzt wo ich das im nachhinein sehe seht ihr nämlich nicht dann passt das nämlich mit dem da hinten nicht müssen wir hier so damit leben und dann hier einmal so durch so schön den weg hier aus auf drei hier gemacht wenn man hier von turm aus 123 einmal hier komplett lang und hier dann genau dasselbe spiel so so habe ich das jetzt auf jeden fall schon mal hier außen gemacht also und jetzt zeige ich euch wie es da drin aussieht so und zwar habe ich das jetzt so gemacht dass ja hier der eingang ist ins stadion den wir gemacht haben oder aufs quidditch feld haben wir ja hier den eingang gemacht und da habe ich einfach rechts und links jeweils eine tür gemacht und das habe ich komplett durch geschlagen und einmal rum genauso gebaut dann ja genau an einmal mit holz überall ein paar glowstones rein hier unten den boden genauso wie den draußen gemacht und wie gesagt einmal hier komplett durchgeschlagen und dann habt ihr ja noch wenn ihr hier einmal durchschlagen tut dann habt ihr ja hier immer die türme weil wir haben die türme ja ganz unten am boden angefangen und dann hochgezogen das heißt wenn ihr euch hier durchschlagt seht ihr überall die türme von unten und das einfach alles weg und dann komplett durch und dann merken wo die türme sind einfach eine treppe bauen da habe ich das jetzt so gelassen weil anders geht das nicht auf sonst sieht man das innen drin und das ist ja kaka deswegen dachte ich mir gut das lassen wir erstmal so aber hier geht es dann auf jeden fall hoch so dann ist man hier oben und hier geht es dann natürlich weiter bis nach ganz oben das habe ich bei zwei türmen auch schon gemacht das kann ich euch gleich mal zeigen ich wollte hier erstmal durchgehen ach genau dann habe ich hier als begrenzung erstmal so falltüren gemacht was aber erst mal so halt habe ich das gemacht weil ich noch nicht wusste wie mache ich das nach oben deswegen habe ich das erstmal so gelassen aber bei den anderen beiden zeige ich euch das gleich und dann habe ich hier einfach komplett die decke gezogen also erstmal habe ich hier kompletten treppe gebaut warum da jetzt ein block ist weiß ich nicht ach weil es die decke ist okay dann einfach immer so von der decke aus so ein bisschen hier hoch oder ihr macht halt zuerst die treppe und macht dann die mitte komplett zu also kann man es natürlich dann auch machen so und das habe ich wie gesagt hier komplett einmal durchgemacht und hier bei den türmen ist dann immer eine treppe das habe ich hier einmal rum gemacht fliegen wir hier mal rum dann zeige ich das mal hier einmal rum und bei den treppen bei den treppen genau bei den türmen ist immer eine treppe dass man da hoch kommt überall habe ich das gemacht hier seht ihr überall alles zu so muss man erstmal die andere seite wieder finden das ist echt riesig hier drin so und hier steht der glowstone zu meiner eigenen markierung so und dann sind wir wieder hier das geht komplett einmal rum habe ich das so gemacht hier mit dem fichtenholz glaube ich wie wir das hier gemacht haben und hier drin das ist alles eiche die wände und die decke und dann hier einfach glowstones in so einem schönen abstand einmal hier durch genau so und dann haben wir hier jetzt muss ich erstmal wieder so in die laufposition so dann kann auch hier der glowstone weg und bei dem turm hier zeige ich euch jetzt mal wie ich das bis noch ganz oben gemacht habe also erstmal haben wir hier wieder genau dasselbe geht einmal so hoch so dann habe ich hier zwei mal die falltür und dann hier direkt an der wand also ist jetzt egal es kann ja auch die wand sein also je nachdem wie ihr das hier ganz unten jetzt anfang von welcher seite ihr das jetzt hoch zieht ist das dann entweder hier rechts oder links und dann geht es hier einfach komplett weiter bis nach oben hin so kann ich das ja mal zeigen dann gehen wir hier mal hoch die wendeltreppe hier so sind wir hier oben und hier oben habe ich das so gemacht dass einfach die unterste tribüne sage ich jetzt einfach mal sitzreihe hier einen weniger hat und dann haben wir hier oben die beiden die noch ganz sind und die man gucken kann ja hier ist natürlich jetzt ein bisschen banane weil man kann runterfallen das ist jetzt ist jetzt nicht so das gelbe vom ei aber da habe ich mir noch nichts überlegt ehrlich gesagt wie man das jetzt machen könnte könnte weil das bringt ja auch nichts wirklich hier ne so machen wir uns einfach so weiß ich nicht sieht gut aus ne ich meine von hier oben ist natürlich jetzt immer noch fallgefahr aber von hier seite von der seite hier ist man sicher und man würde hier auch noch durchkommen nein ich weiß wie gesagt nicht noch nicht so ne aber hier habe ich das gemacht und dann habe ich das hier genau so gemacht das heißt genau so angefangen unten dass ich dann oben genau so ankomme dann habe ich das hier auch gemacht so ne hier genau so blöd 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 hier wieder auf der rechten seite das heißt ich habe hier ganz unten genau so angefangen die treppe hochzuziehen wie ich das da getan habe ja viel gibt es dann hier auch gar nicht mehr so groß zu erzählen hier habe ich das halt so in den kurven ist das halt ein bisschen breiter geworden als 3 ist ja auch irgendwie klar weil wenn man die kurve so baut wie man sie hat hier ne hier hat man ja dann quasi luft ne wenn man dann von hier anfängt ich kann euch das hier jetzt mal ein bisschen zeigen ne deswegen ist das hier in der kurve überall ein bisschen breiter und wird hier erst wieder 3 ne so dann machen wir das erstmal hier wieder zu und äh ja wie gesagt mehr habe ich hier auch gar nicht beim Quidditchfeld das war es jetzt jetzt habe ich euch hier nochmal gezeigt wie ich das hier eingerichtet habe ähm aber wenn es dann also wenn das Quidditchfeld dann da steht wo es auch stehen muss dann kann man kann ich das mit euch auch nochmal durchgehen wie ich das hier drinnen gemacht habe und äh wie ich das mit den Treppen gemacht habe oder vielleicht habt ihr euch da vielleicht habt ihr ja da auch schon jetzt eure eigenen Ideen wie ihr das machen wollt dass man da auf die Tribünen und in die Türme kommt ist ja jedem selbst überlassen wie er es machen möchte ich wollte euch halt nur zeigen wie ich es gemacht habe so tschakka ähm genau dann ja das war es jetzt komplett Quidditchfeld ist fertig ähm genau Quidditchfeld ist fertig und äh als nächstes gucke ich mal ja ich muss bei der Drachen Arena noch den Schüssel da drin machen vielleicht mache ich das so nebenbei wie der Grundriss vom Schloss aber ich denke mal dass als nächstes ist dass wir da den äh Fuchsbau von den Weasleys machen werden ja ich denke mal also werden wir als nächstes den Fuchsbau starten das wird ja auch nur ein Teil okki zucki ist das Ding oben äh genau so viel gibt es dann erstmal gar nicht zu erzählen ne ich meine wir haben hier noch viel vor uns ne das war das alles stehen haben äh ja genau wie gesagt als nächstes kommt hier der Fuchsbau dran den bauen wir dann hier irgendwie denke ich mal bauen wir hier hin und ja genau ich hoffe es gefällt euch jetzt das Quidditchfeld ja wie es jetzt ist und äh ja genau dann würde ich sagen an der Stelle ist dann jetzt auch erstmal wieder Ende Schluss für heute das war einmal hier kurz und knackig einmal so ein Rundgang ich habe ja hier auch noch viel zu tun und ich habe auch noch andere Dinge sehr viel zu tun habe ich ja schon gesagt deswegen haben wir zwischendurch mal so ein zwei Tage Pause ähm genau aber alles mit der Zeit ne wie gesagt ich werde mich hier gleich oder nachher noch je nachdem wie ich es schaffe hier einen Fuchsbau heransetzen und ja genau dann würde ich sagen an der Stelle ist dann jetzt erstmal wieder Schluss für heute und dann würde ich sagen haut herein und wir sehen uns beim nächsten Mal